Hey Leute, zurück Willkommen zu einer neuen Folge Hellblade. So, ich glaube wir nähern uns jetzt schon so langsam dem Ende. Wir sind an dem Baum angekommen, wo der Dillion eigentlich sein sollte oder halt eine Illusion von ihm war. Aber jetzt schauen wir doch mal, ich wollte hier die ganzen Siegel auf jeden Fall so viel wie es geht mitnehmen. Aber ich glaube, dass ich schon sehr, sehr viel übersehen habe. Ich glaube, es ist ein Siegel. Oh, Schäser. Senoth, imagine! A sword that can slay gods! Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will fiss the trials. Go to the shards. Go to the shards. Go to the shards. What's the shard? Find it. Ah. Okay, verstehe. Find it. The meta, the runes. There are practically three splitter here. Three tests, so they can destroy the sword. Focus. 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 Use your eyes. Look. Get closer. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Okay. Burial mound. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. I'm sorry. It's as if we conspire to hide death. Because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones then comes the reckoning. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a berserker born after he was killed. She is a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him. But above all, the sword Tyrving. Okay, I'm really excited, what we have to do here. you go around. oh, a supermarket. You can't have to do that. You can't go. I'm sure so. Oh, I'll have to go. there's an extra room. There's an extra room here. One of the most. Yes... What a weird place in here. I'm curious. There's a weird place in here. Geh in. Du musst in. Geh die Torche. Es ist zu schmerz. Geh es. Ich werde dir helfen. Du musst es sehen. Wer ist da? Dillian, ich bin hier! Siehst du überhaupt nichts? Ich bin hier. Ich bin hier. Du musst ihn finden. Du musst ihn finden. Da ist er. Da ist er. Dillian. Da ist er. Du hast ihn gefunden. Was ist falsch? Was ist passiert? Kannst du mich hören? Ich bin hier. Ich bin hier. Du musst ihn nachdenken. Okay, ich bin hier. Was ist passiert? Ich wollte ihn mit ihm. Okay, hier ist auf jeden Fall... Kann ich hier was reinfallen lassen? Okay, ich schätze mal, dass das die Prüfung ist. Irgendwas muss ich hier machen. Ich schätze mal, dass die Prüfung ist. Hier geht doch auf nichts, oder? Hier muss irgendwas da drin sein. Hier ist aber auch nichts. Eigentlich ist noch ein Weg. Okay, den habe ich vorher nicht gesehen gehabt. Boah, wie läuft gerade die Gänsehaut hier? Ja? Ich schätze mal, dass es ein schlechter Ort ist, als andere Ort ist. Fearless, sie landen allein. Es gibt viele Gravemounds. Und alle haben ghostly Flames burningen über sie. Sie kommt nach der Gravemounds ihrer Vater, nachdem sie durch die Ghostly Fier, als ob sie sich verletzen wurden. Die Flames passen durch. Ich kann ihn hören. Die Flames passen durch. Das ist ein richtiger Irrgarten hier. Ich habe keinen Plan, wo ich hier langen muss. Boah, Alter. Die haben ihn komplett verlaufen. Ich finde ihn nie wieder raus. Das wäre sie jetzt schon. Okay, da war ich schon. Oder? Okay, hier gibt es keine Fackel. War ich bei der Fackel schon, oder war ich da noch nicht? Was ist das? Was ist das? Hier bin ich doch reingekommen, oder? Ja. Okay. Oder bin ich hier rein, oder? Ich hab keinen Plan, nur die... Ich bin doch schon wieder hier. Ich find den nie wieder raus. Ich bin doch schon 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 wieder draußen raus. Nicht verarschen. Ist doch kein Thron da gewesen vorher, oder? Hä? Alter, muss ich das jetzt kapieren? Alter, muss ich das jetzt kapieren? Jetzt sind die Schilder wieder anders. Geht es nur, geht es nur, wenn bestimmte Schilder da sind? Geht es, Er will mir ihn finden. Ich bin nicht ohne ihn. Diese Lüge... ist nicht Dillion. Schatz. Dalyun will ich meine Angst haben. Ich wubel mal die Kamera weg. Vater? Ich bin weg. Ich habe es entschieden. Ich denke, es wird gut für mich. Es ist die Schmerz. Es spricht durch die... Ich weiß nicht, es ist mir. Ich denke, ich kann es schlafen. In meine eigene Weise. Ich kann die Schmerz in deine Augen sehen, Kind. Ich habe ein Junge. Ich habe ein Junge. Nein. Er sagte, er könnte mir helfen. Es ist ein Schmerz. Er sagte, es könnte normal sein. Normal? Ja. Nein, Junge wird dir schützen. Ich kann es nicht mehr auf dich geben. Nein. Ich kann es nicht mehr auf dich geben. Ich kann es nicht mehr auf dich geben. Nein. You will not defy the truth! Come, child, take my hand. Come, Samuel. No! I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! You did it, but there are more. Okay, Leute. Dann schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Mit der zweiten Prüfung. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Bye, bye, ciao, euer Andi.